Ich habe jetzt mal so eine Abdeckung gebaut und die funktioniert nicht als Boden. Ich weiß nicht, ob es an der Unebenheit des Bodens liegt, aber das funktioniert hier auf jeden Fall nicht. Wir können es aber als Dach verwenden. Dann haben wir zumindest schon mal das erste Dachteil. Also ich glaube, wir werden dann weiter im Gemüse wohnen. Ist eigentlich auch ganz schön. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Grünzeug in der Hütte. Hallo und willkommen zurück zu Deadside. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja und heute haben wir natürlich wieder einen großen Plan. Ich war schon wieder ziemlich lange unterwegs. Ihr habt gesehen, ich sehe so ein bisschen komisch und abgerissen aus. Ich habe jetzt ein bisschen anderes Zeug an. Ich habe aus Versehen die Hose zerrissen und daraus so Lumpen hergestellt. Deswegen haben wir jetzt eine schlechtere Hose an. Dann müssen wir wieder eine bessere finden. Und ich habe eine Tasche gefunden mit sieben Plätzen. Also zwei mehr als der Rucksack. Das ist super cool. Außerdem haben wir glaube ich eine neue Skimaske und so einen Helm im Orange. Der andere war ja blau, ne? Und ich fand das irgendwie cool, weil die habe ich noch nicht so oft gesehen. Die blauen gibt es ganz oft. Deswegen habe ich einfach mal den behalten. Sieht beides ein bisschen bunt aus auf jeden Fall. Okay, wir haben ziemlich viel Platz. Und wir haben auch ein bisschen was zu essen. Zu trinken habe ich jetzt aktuell noch nichts. Zu essen nehmen wir jetzt einfach mal zwei Dosen mit, oder? Wir können auch mal eine da lassen eigentlich. Ich habe wieder so ein paar Sachen rausgefunden in der Zeit. Nehmen wir mal eine Dose mit. Ich glaube das reicht. Aber wir müssen es so machen, ne? Hier haben wir noch ein bisschen was zu essen. Ich habe rausgefunden, dass Autoteile, zum Beispiel Zündkerzen, super teuer zu verkaufen sind. Das ist richtig gut. Zündkerzen brauchen nur einen Slot und kosten 1500. Oder dafür kann man sie verkaufen. Das ist echt genial. Das machen wir auch direkt mal. So. Wir haben schon ein bisschen Coins gesammelt jetzt. Das ist gut. Ich habe auch direkt wieder eine Jagdweste gefunden. Für die kriegen wir leider nur 500. Wir haben ja... Was haben wir bezahlt? Ich glaube 2500, ne? Die müssen wir beim anderen Händler verkaufen. Wir haben einen Haufen Ressourcen. Ich habe schon einen Haufen Nägel gefunden. Und ja, ich denke wir könnten demnächst mal anfangen irgendwo unsere Base hochzuziehen. Und uns da wohnlich einzurichten. Am liebsten würde ich das natürlich sofort machen. Aber uns fehlen alle möglichen Sachen. Uns fehlt ja der... Wir haben keine Axt. Wir haben keine Säge. Wir haben keinen Hammer. Wir haben so gut wie nichts. Wir haben auch noch ziemlich wenige Nägel. Wir brauchen echt viele davon. Wir haben kaum Metallteile. Die brauchen wir auch. Das heißt, ich glaube wir müssen erst noch so ein bisschen Ressourcen zusammensammeln. Wir haben jetzt erst zwei Bleche. Ich glaube das Holz kriegen wir aus Bäumen. Wenn wir eine Axt haben, das ist meine Vermutung, das müssen wir alles rausfinden. Wir haben auch erst ein Seil und kaum Sackleinen. Aber die brauchen wir glaube ich beide. Das brauchen wir nicht so dringend. Wir brauchen auf jeden Fall Blech und Nägel. Und halt die Tools, die wir noch nicht haben. Und die sind teuer zu kaufen. Deswegen checken wir jetzt mal ein neues Dorf ab. Die Weste verkaufen wir. So. Und dann sind wir glaube ich ready to go. Wir müssen uns so ein bisschen ranhalten. Weil je länger wir rumstehen, desto mehr müssen wir essen und trinken. Und das ist schon ziemlich schwierig, sich das alles zusammenzuholen, was man da braucht. Die ist ziemlich durstig und hungrig. Genau. Wir checken glaube ich mal Tschernilog ab. Das ist ziemlich weit im Süden. Da war es glaube ich halbwegs entspannt. Da ist auch direkt Kamenka noch in der Gegend. Da waren wir glaube ich schon in Kamenka. Tschernilog glaube ich noch nicht. Das ist aber glaube ich ein größeres Dorf. Bin ich mir nicht sicher, ob wir da schon waren. Und das checken wir mal ab. Gucken, ob wir da vielleicht einen Hammer, eine Säge oder eine Axt finden oder sowas. Allgemein mal schauen, was wir da finden. Vielleicht ein bisschen was zu essen. Dass wir so ein bisschen besseren Stand haben, bevor wir anfangen uns irgendwo häuslich einzurichten. Aber ich werde langsam so ein bisschen... Ja, ich habe nicht mehr so viel Angst vor den Leuten. Also langsam komme ich so ein bisschen rein. Und fühle mich hier so halbwegs sicher in dem Gelände. Das ist auf jeden Fall gut. Wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich. So. Es gibt auch eine Autorun-Taste. Und zwar V. Das ist super praktisch, wenn ihr so viel lauft wie ich. Ich bin ziemlich viel unterwegs. Lauf hier so hin und her, untersuch die Map so ein bisschen. Und dann kann man so ein bisschen gemütlich laufen. Und der läuft auch weiter, während man sich hier die Map anguckt. Also wir laufen jetzt einfach mal straight Richtung Journey Log. Möglichst so, dass wir vielleicht nicht auch so viele Gegner treffen. Mal schauen. Das ist gerade eh dunkel. Das ist ganz praktisch. Da sieht uns niemand. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da in Journey Log finden. Was habe ich noch Neues rausgefunden? Also man kann auch Munition verkaufen. Die muss man nur maximal hoch stacken. Das geht einfach, indem man hier rechts klickt und alle stapeln klickt. Und dann stackt er die bis 100, die meiste Munition, glaube ich. Und die kann man dann auch verkaufen. Die ist dann so 200 oder so wert. Ich denke mal nach Munitionstyp. Das heißt, es lohnt sich schon auch Munition mitzunehmen. Aber die ist halt nicht super viel wert. Genau. Außerdem Uhren und sowas sind natürlich was wert. Feuerzeuge. Die Taschenlampen. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Das ist natürlich schon irgendwie cool, so eine Taschenlampe dabei zu haben. Aber F4. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ne? Wir können die jetzt mit der linken Maustaste an- und ausmachen. Und in den Häusern ist die manchmal ganz nützlich. Aber dann sehen uns ja auch alle, ne? Wahrscheinlich ist das nicht so klug. Naja, auf jeden Fall habe ich sie mal überhalten. Die ist, glaube ich, 650 wert. Also Taschenlappen sind echt teuer. Oh, da ist der Mond. Super dunkel. Ich laufe mal ein Stück weiter bis Cernilog. Und dann melde ich mich mal zurück, wenn wir da sind. Das ist nämlich ein ganzes Stück zu laufen. Ich hoffe mal, dass wir auf dem Weg da auf keine feindlichen Patrouillen stoßen. Oh, der ist schon die erste. Okay, wir halten uns hier links im Wald. Dann sollten wir sicher sein. Wir sind jetzt hier direkt hinter Cernilog. Und ich glaube, wir gucken da jetzt mal rein. Die Spielzeit ist, glaube ich, jetzt 10 Uhr. Wann kann ich hier nachschauen? Das heißt, es ist stockfinster. Ich werde für euch mal das Gamma so ein bisschen hochdrehen, dass ihr auch was seht. Ich sehe entsprechend ziemlich wenig. Aber wir untersuchen jetzt mal dieses Dorf. Wir haben keine Zeit zu schlafen. Ich habe noch niemanden gesehen. Das heißt nicht, dass hier niemand ist. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Aber ich sehe niemanden. Das ist der Eingang. Vielleicht brauchen wir doch mal die Taschenlampe, ne? Ich hoffe, dass die niemand sieht. Ähm, F4. Die Steuerung muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber die ist schon ganz praktisch eigentlich. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist stockfinster. Wie ist denn das Feuerzeug? Geht das besser? Da sieht man auch nicht viel, ne? Bisschen besser so, bessere Rundumsicht. Wow. Da sieht man ja wirklich gar nichts nachts. Na gut. Ich untersuche ja mal die Hütten so ein bisschen. Und wenn irgendwas Spannendes passiert, dann hole ich euch, glaube ich, einfach wieder dazu. War hier irgendwas zu sehen? Ich glaube, ihr seht sowieso nicht viel. Oh, da sind zwei Leute. Wir können ja jetzt mal mit dem Ding kämpfen. Wir haben 20 Schuss. 54, okay. Ähm, wenn die da um die Ecke kommen, dann eröffne ich einfach mal das Feuer, oder? Die. Das ist die erste. Oh, oh. Hatte ich eine Ladehemmung, oder was? Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Au. Die Waffe ist nicht so gut. Ich habe mir überhaupt keinen Schaden gemacht. Einer ist, glaube ich, down. Ich habe den nicht mal gesehen. Wow. Schock. Okay. Besser nicht nachts kämpfen. Also ich glaube, die beste, beste Lösung ist wirklich, sich nachts komplett auszuloggen, weil man nichts sieht. Man sieht gar nichts. Und wir haben keine Möglichkeit, mit Waffe in der Hand irgendwo was zu sehen. Also wir bräuchten eine Weapon Mounted Light oder sowas. Also irgendwie eine Lampe für die, für die Waffe praktisch. Ansonsten haben wir gar keine Chance. Ähm. Gut. Wir haben hier den Marker. Und, oh, wir sind im Mark-Log. Das ist aber weit. Die. Na gut, dann laufe ich jetzt nochmal nach Cherny-Log. Und bis dahin sollte es dann auch wieder hell sein. Das ist ein bisschen fies. Also, natürlich vor allem gegen NPCs, weil die sehen da was. Aber ich sehe nachts überhaupt gar nichts. Ich habe für euch, wie gesagt, das Gamma so ein bisschen hochgedreht. Aber im Game, nee. Also ich sehe nichts. Ich sehe kaum irgendwie die Hand vor Augen. So, jetzt wird es langsam auch wieder hell. Jetzt sehen wir so ein bisschen mehr. Das war das Gebäude, in dem wir drinnen waren vorhin. In dem, da gibt es glaube ich keine Türen für das. Das ist zu. Und hier vorne haben sie uns zerlegt. Ja, das waren jetzt gleich zwei Fehler auf einmal, zwei Leichtsinnigkeiten. Wir haben eine neue Waffe benutzt, die wir nicht kannten. Und die Uzi, die taugt scheinbar nix. Ich glaube, dass die im Burst-Modus feuert. Da liegt noch der andere Typ. Das heißt, ich habe voll drauf gehalten, aber das hat natürlich nicht funktioniert. Weil Burst-Modus. Das Messer brauchen wir auch nicht. Müssen wir wieder alles einsammeln hier. Und ein kompletter Burst hat ja nicht gereicht, um den Typen zu zerlegen. Ansonsten hätten wir wenigstens nur gegen zwei gekämpft. Ich habe ja nur zwei gesehen am Anfang. Dann waren es doch drei. Das war das nächste Problem. Also, besser gut aufpassen. Oh, wir haben ja jede Menge Taschenlampen. Feuerzeuge nehmen wir trotzdem mal mit, ne? Notfalls können wir die rauswerfen, weil die sind eh nur zehn wert. Das ist so gut wie nix. Okay. Da sind wir wieder. Ich weiß nicht. Das Messer kann man glaube ich nicht verkaufen. Das kriegt man ja auch bei jedem Spawn wieder neu. Also, ich denke mit der Pistole hätten wir die geschafft. Mit Pistole und Shotgun. Der hat für uns ne gescheite Jacke. Aber die haben wir schon. Jeansjacke. Sieht cool aus. Panama Hut. Und vielleicht können wir den verkaufen. Mal gucken. Jeansjacke mit Munition. Können wir die Munition nochmal mitnehmen? Der hat ne gute Hose. So. Die nehmen wir mit. Einfach mal die Hose mitgehen lassen. Wie? Okay. Gut. Da sind wir wieder. Back in Action. Jetzt haben wir nicht so viel Hunger und Durst. Das war eigentlich auch ganz praktisch. Wenn man stirbt, dann ist man nicht mehr hungrig. Nicht mehr. Und jetzt sehen wir auch was. Jetzt ist wieder Tag. Früh am Morgen. Okay. Also immer gut aufpassen. Erstmal alles ausspähen, bevor man irgendwen angreift. Man sollte schon wissen, ob das jetzt drei Leute sind oder nur zwei oder doch fünf. Das ist halt echt wesentlich. Aber die Mission hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Also wir haben ein bisschen was zu trinken. Ein bisschen was zu essen gefunden. Und wieder ein Haufen Nägel. Und ein paar Sachen zu verkaufen. Aber nichts so richtig Gutes, ehrlich gesagt. Vielleicht finden wir doch noch was Besseres. Brauchen wir? Ja, wir brauchen wieder ein paar Rags. Das heißt, Messer? Das hätte ich gern. Die Lappen. So. Und. Was sind denn welche Kisten? Die kann man aber nicht öffnen. Was ist das? Munition. Besteck. Man sieht halt nachts so wenig, dass man auch tatsächlich kaum looten kann. Obwohl die Sachen hier anfangen zu leuchten, wenn man sie anguckt. Aber dafür muss man sie ja erstmal angucken. Und allein das ist schon schwierig. So wenig sieht man nachts. Also. Ja, ich weiß auch nicht recht, wie das gedacht ist. Nachts soll man wohl besser zu Hause bleiben. Ich glaube, das nächste Mal machen wir das auch. Das ist ein Staubsauger. Ist das noch ne Tür? Jemand zu Hause? Schauen wir nicht. Oh. TTK, die ist viel wert. So, da sind wir wieder. Jetzt können wir die Ausbeute von Czerny Lock nochmal genau anschauen. Alles klar. Ich habe kein Wort verstanden. Wir haben also einen Haufen von diesem Maschinenöl gefunden. Ich denke mal, dass wir das verkaufen können. Wir haben so eine TTK gefunden. Noch eine TTK. Außerdem Taschenlampen. Wir haben drei Taschenlampen inzwischen. Die sind aber schon ganz praktisch. Feuerzeuge natürlich. Ein paar so Ressourcen. Bisschen Blech. Eine Limo. Dosen Ananas. Also so richtig erfolgreich waren wir ehrlich gesagt nicht. Natürlich ein bisschen Munition. Die lasse ich mal hier. Und dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt einfach die Tools, um uns so ein Lager aufzubauen. Hier seht ihr jetzt einen kompletten Stack von Shotgun Ammo. Und das könnten wir jetzt für 200 verkaufen. Also das kann man schon machen. Aber es bringt halt nicht super viel ein. Wir gehen mal zum anderen Händler. Die ganzen Sachen verkaufen. Die Spritze können wir noch verkaufen. Die Skorp. Die brauchen wir nicht. Und hier drüben können wir dann hoffentlich das Maschinenöl verkaufen. Mal gucken, ob das was wert ist. Ja, 1500. Drei Stück. Das ist doch schon mal ganz gut. Bam. 500 das Stück. Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, wenn man das Zeug auch noch snacken kann. Oh, das ist eine gute Taschenlampe. Dann verkaufen wir unsere schlechte und behalten die gute, oder? Vielleicht sieht man mit der so ein bisschen mehr. Mal schauen. Ist die heller? Ich glaube, die hat einen größeren Lichtkegel, ne? Ein bisschen. Hoffentlich. Feuerzeuge. Ich behalte auch immer ein Feuerzeug. Vielleicht wollen wir ja mal ein Feuerchen machen oder so. Wer weiß. Genau, das hier sind alles Ressourcen. Das ist Geld. Das packen wir da rüber. Ich habe so eine Planke gefunden. Da haben wir jetzt schon zwei von. Wir haben jetzt Nägel. Die nehmen wir alle mit. Wir haben ein paar Sackleine. Die nehmen wir auch mit. Und die Seile nehmen wir auch mit. Davon haben wir jetzt schon... So. Können wir die noch stacken? Ne. Dann lassen wir eins hier. Drei Seile. Oh, die sind richtig viel wert. Die Bleche sind nichts wert, aber die brauchen wir auch. Sind auch Ressourcen zum Bauen. Fusel können wir mal... Ähm, wir könnten uns da draußen wieder Bandagen herstellen. Können wir die auch aufteilen? Na ja. Mach mal. So. So. Fünf. Und lassen wir fünf hier. Dann können wir uns aus dem Fusel gleich wieder was herstellen. Das ist halt auch mega viel wert, ne? Daraus kriegen wir, glaube ich, drei so Lumpen, mit denen wir uns dann wieder hochheilen können. Dann könnten wir entweder das verkaufen und uns eine normale Bandage kaufen. Könnten wir auch, ne? Oder wir machen daraus eben wieder sterile Lappen. Die bringen nicht ganz so viel, aber... Ich weiß auch nicht, was da wirklich besser ist. Kaufen. Ich denke mal, das macht nicht wirklich viel aus. Den Hut kann man leider nicht verkaufen. Die lassen wir mal hier. Das können wir hier stapeln. Geld lassen wir da. Und... Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Brauchen wir jetzt sowieso dann. Gut. Ein ziemlicher Verhau. Stapelt es mal alles. Drei. Okay. Also das kann man auch relativ hoch stacken, scheinbar, das Metallblech-Zeugs. Gut. Dann brauchen wir jetzt eine Axt, eine Säge und einen Hammer. Ich glaube, der hat das Zeug, ne? Ausrüstung. Ah, ne, das ist der andere. Der müsste alles für uns haben, theoretisch. Werkzeug. Feuerwehr-Axt. Die kostet halt 5000. Egal, wir brauchen die. Die braucht einen ganzen Slot. Die ist riesengroß. Und dann brauchen wir noch einen Hammer. Für 2000. Und eine Säge für 2000. Und Nägel kosten 600. Da haben wir jetzt 70. Ich hoffe, das reicht ein Weilchen. Funkgerät wäre auch mega cool, weil wir damit scheinbar den Funkverkehr von den ganzen NPCs abhören können. Das wäre natürlich schon ein großer Vorteil. Aber die kostet, das kostet 7000. Da warten wir nochmal. Vielleicht finden wir das auch irgendwo. Wer weiß. Okay. Ich glaube, wir haben dann alles, was wir brauchen, um uns eine Base zu bauen. Den Rest können wir hier lassen. Wir brechen jetzt einfach mal auf. Und dann schauen wir, ob das funktioniert. Am See in der Nähe von diesem Maglock, hätte ich gesagt. Weil das ist echt schön. Vielleicht hier so auf der Seite. Und die Gegend ist auch super interessant da oben. Ein bisschen gefährlich. Aber das ist ja das Spannende an der Geschichte. Das heißt, wir machen uns jetzt auf die Socken. Laufen da hoch. Und dann müssen wir, glaube ich, auch nochmal in Gorki vorbei, oder? Wir könnten vorher nochmal in Gorki vorbeigucken. Das kennen wir ja noch nicht. Dann gehen wir hier so oben rum. Das wäre auch interessant. Dann setzen wir uns da mal so einen Marker. Ab nach Gorki. Da sind wir. Das muss Gorki sein. Häuser. Keine Leute. Das ist schon mal gut. Wohnt hier noch jemand? Das sieht aus wie eine Straße. Da stehen Autos. Ja, wir müssten ja hier direkt an der Straße sein, ne? Das ist die Straße, die an Bohr vorbeigeht. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Sieht auf den ersten Blick alles safe aus. Okay. Dann gucken wir mal, was es zu holen gibt. Bisschen Munition. Benzinkanister. Dann checken wir mal die ganzen Häuser ab. Wir sind halt direkt an der Straße. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Munition gibt es hier viel. Und eine Schrotflinte. Gut, können wir ja mal für einen Moment nicht mitnehmen, weil wir ja die Axt dabei haben. Das heißt, wir können jetzt nicht so viel großes Zeug tragen. Aber Dosenfisch ist gut. Die DTK, die ist wertvoll. Und noch mehr Munition. Sehr gut. Nein, hier liegt eine Axt. Ich habe gerade für 5000 eine Axt gekauft. Und jetzt liegt hier eine. Ich glaube es nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber was will man machen? Das konnten wir ja nicht vorher wissen. Da liegt wieder so eine kleine Pistole rum. Und dann können wir gar nicht mehr viel tragen, ehrlich gesagt. Wir haben ja so viel Zeug dabei, um unsere Base zu bauen. Da liegt eine Hose. Oh, wir könnten eigentlich direkt mal die Lappen herstellen. Die sterilen Lappen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, ja, ja. Wir haben echt viel Zeug dabei. Und dann könnten wir noch was trinken. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. So eine Sodakern leer machen. Okay, das ist also Gorki. So ein kleines Dorf, ein paar Häuser. Und relativ ruhig. Kann ich empfehlen. Ich habe auch keine Patrouille getroffen. Obwohl wir schon ziemlich lange unterwegs sind. Der Inventar ist voll. Wir können nichts mehr mitnehmen. Da drin liegt noch eine Sturmhaube. Aber für die habe ich keinen Platz mehr. Dann gehen wir jetzt zum See, ne? Das ist ja direkt hier. Hier geht es jetzt weiter zum nächsten Dorf. Ich kann mir die Namen nicht merken. Boa heißt das, ne? Noch ein bisschen Munition. Können wir eh nicht mehr tragen. Hier ist ein ganzer Bus. Der ist aber leer. Dann biegen wir jetzt hier rechts ins Gestrüpp ab, ne? Gehen hier an Maglock vorbei. Maglock ist halt ziemlich gefährlich, ne? Da gehen wir jetzt nicht durch. Wir haben eh keinen Platz mehr, um irgendwas zu looten. Wir gehen vielleicht hier lang, so. Das ist, glaube ich, eine gute Variante. Ich hoffe, das ist safe. Oh, hier ist ein Weg. War da was? Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Oh, ich werde schon total paranoid. Hier ist so ein Weg. Der geht da hoch. Aber die Patrouillen sind meistens nur auf den Straßen unterwegs, glaube ich. Ich denke, hier bei den kleinen Wegen sollten wir safe sein. Das ist eine super gefährliche Gegend. Und genau hier wollen wir wohnen. Ob das eine gute Idee ist? Aber es ist halt echt schön da am See, ne? Das wissen die NPCs auch. Sehr idyllisches Froschgequake. Okay. Da drüben ist Maglock. Irgendwann merke ich mir die Namen vielleicht. Und hier ist es total schön am Strand. Hier ist es halt auch komplett offen, ne? Also hier sieht uns theoretisch jeder. Aber ich fühle mich schon stark genug, dass wir uns jetzt hoffentlich verteidigen können. Ich weiß zwar nicht, wo die nächste Straße ist. Aber bestimmt gibt es auch irgendwo eine Straße, oder? Die sind halt sehr abgelegen unterwegs hier. Ah, hier ist eine Straße. Von wegen abgelegen. Sieh. Da ist direkt eine Straße dahinter. Okay. Ob das gut ist? Naja, müssen wir halt so ein bisschen vorsichtig sein. Straßenanschluss. See. Und Platz zum Bauen. Gefällt mir eigentlich gut. Nachbarschaft ist auch ganz nett. Da drüben ist Maglock. Da können wir uns, glaube ich, alles holen, was wir so brauchen, hoffentlich. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was. Und das ist auch ein bisschen gefährlich. Aber wie auch immer. Na gut, wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Wir brauchen dann als erstes mal eine Kiste, um Ressourcen zu lagern, glaube ich. Das heißt, wir bräuchten Holzbretter. Dafür haben wir ja unsere Axt. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns hier... Wachsen die Bäume nach? Ich hoffe es. Holen wir die mal ein Stück weiter weg. Dann fällen wir mal so einen Baum und gucken, ob wir den irgendwie zersägen können. Ja, und schauen mal, ob wir überhaupt einen Baum fällen können. Wir haben das noch nie ausprobiert. Hier hinten sind auf jeden Fall genug Bäume. Nehmen wir da mal so ein paar raus. Ich glaube, der sieht gut aus, oder? Der ist schön groß. Hack den mal. Man kann den auf jeden Fall hacken. Ob der da noch irgendwann umfällt, weiß ich noch nicht. Ähm. Der zeigt sich unbeeindruckt. Ah, das funktioniert hier so ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe es jetzt raus. Ich habe mal ein Blech auf den Boden geworfen. Das können wir leider nicht mehr stacken. Wir können wohl nur bis vier stacken, glaube ich. Aber das liegt hier am Baum. Also vielleicht bleibt das da noch ein bisschen liegen, solange wir in der Gegend sind. Und wenn wir den Baum hauen, dann bekommen wir so Holzbalken. Ich weiß nicht, wie hoch die stacken. Wir brauchen halt Platz im Inventar, ne? Und aus denen können wir dann Holzbalken craften. Holzbretter. Holzbalken und Bretter. Ähm. Okay. Wir brauchen Holzbalken, um daraus Bretter oder... Äh. Okay, wir brauchen Balken, um Balken zu bauen. Ah, das sind die runden Balken hier? Das ist wohl die deutsche Übersetzung dann. Die macht so ein bisschen Probleme. Ähm. Ich glaube, wir brauchen für die Kiste Holzbretter. Also die Teile. Ich baue da mal welche. Okay. Jetzt. Haben wir jetzt eins bekommen? Ach, das liegt da jetzt. Jetzt ist es aufgetaucht. Okay. Jetzt haben wir schon drei. Also das funktioniert super gut. Man muss nur wissen, wie. Dann haben wir jetzt gleich genug für so eine Kiste. Und dann können wir direkt mal die Sachen, die wir nicht sofort brauchen, verstauen. Das ist auf jeden Fall gut. So. Craft. Kiste. Müssen wir da stehen, wo die dann platziert wird? Oder wie funktioniert das mit dem Platzieren? Mal gucken. Oh, wir haben gleich die Kiste. Das ist schon ein Upgrade. Aufheben. Okay, wir haben die jetzt aufgehoben. Kiste. Und die wird nach sieben Tagen gelöscht. Alles klar. Dann passen wir besser auf. Können wir die jetzt irgendwo hinstellen oder so? Stellen wir die mal hier unten hin. Verwenden. Ah, verwenden heißt, wir können die dann irgendwo platzieren. Okay. Ähm, das wird hier unser Geheimer Stash. Den müssen wir irgendwo verstecken. Irgendwie. Ah, hier geht nicht. Hier so. Da brauchen wir eine gute Location für. Hier geht auch nicht. Wir brauchen schon so ebenen Boden, glaube ich. Das geht nirgendwo mehr. Wie? Wir können die... Drehen? Okay, das ist die Rückseite. Und... Aber wir können die Höhe auch ändern. Hier geht's wieder. Wahrscheinlich müssen wir die Höhe so ein bisschen ändern. Mit Shift. Und... Ähm... Ah, okay. Nee. Das ist super komisch. Cooles Baumenü. Dann stellen wir die irgendwie hier so ins Gestripp, wo sie keiner sieht. Versuchen wir es mal hier. Ah, das funktioniert. Hier können wir sie jetzt hinstellen. Machen wir das doch. Nee. Hinstellen. Wie stellen wir die jetzt hin? Mit F. Bam. Oh, wir haben eine Kiste. Öffnen. Yeah. Super cool. Neun Slots. Da können wir jetzt alles reinpacken, was wir eben nicht sofort brauchen. Zum Beispiel die ganzen Waffen, die wir verkaufen wollen. So, dann sind die schon mal untergebracht. Können wir da auch was Großes reintun? Jawohl. Da passt auch unsere Rifle rein. Ähm, die behalten wir aber momentan. Die brauchen wir noch. Wir können mal den... Gut, den Fisch können wir jetzt auch noch behalten. Wir brauchen einfach nur ein paar Slots, um zu craften. Dann passt das. So. 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 Und Nägel brauchen wir. Gut. Das erste Bauteil praktisch. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Holz. Und ich glaube, die Bäume kann man unendlich lange drauf rumhacken. Die bleiben blank, glaube ich. Die kann man nicht zerstören. Was natürlich super gut ist. Genau wie unsere Axt. Die geht, glaube ich, auch nicht kaputt. So, das sollte dann reichen, oder? Jawohl. Die stecken scheinbar bis vier. Jawohl. Mehr geht nicht. Gut. Dann haben wir schon so ein bisschen Holz. Und jetzt geht es dann ans Eingemachte. Wenn wir jetzt richtig bauen wollen... Land besetzen. Nötig zum Aufbau einer Basis. Okay. Ähm. Gut. Dafür brauchen wir Holzbretter. Dann müssen wir das Gebiet erstmal claimen, bevor wir hier was bauen dürfen. Ne? Wir könnten dann so ein Gerüst bauen. Oder ein Eckgerüst. Oh, das sieht ziemlich interessant aus. Ähm. Das müssen wir ausprobieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen craften. Das dauert einen Moment. Und dann bauen wir uns erstmal irgendwas Kleines. Weil das sieht echt aufwendig aus. Wow. Und wir brauchen ziemlich viele Nägel. Die... Gut. Nägel können wir uns nachkaufen. Mit den Sackleinen können wir so Sandsäcke craften. Und... Hinter dem wir uns dann verschanzen können. Und für den Turm brauchen wir zum Beispiel die Bleche. Und zwar richtig viele. Brauchen wir einen Turm? Ich weiß nicht. Wir bauen uns jetzt erstmal so ein kleines Häuschen. Ne? Leute, wir brauchen noch ein paar Nägel. Wir sind nochmal in Maglock. Und suchen nach Nägeln. Wir hatten zwar echt viele. Aber man braucht noch viel mehr zum Craften. Ähm. Schauen wir mal da in die Scheune hoch, ne? Da liegt noch eine Taschenlampe. Die haben hier viele Taschenlampen. Das ist gut. Da ist gerade so ein Trupp durchgelaufen. Die sind aber schon verschwunden. Schauen wir mal hier rein. Das letzte Mal war es hier ziemlich gefährlich, ne? Momentan sieht es ruhig aus. Ähm. Hier gibt es gar nichts. Oh oh. Ich hoffe, wir finden irgendwo Nägel. Schauen wir mal in die große Scheune. Ich habe schon so ein paar Sachen gecraftet. Oh, da ist was drin. Wir haben zum Beispiel inzwischen so ein Landbesetzen-Schild. Und wir haben ein großes Lager. Das können wir nur auf gekleintem Land platzieren. Das heißt, wir müssen erst dieses Schild hinstellen. Wodka. Das nehmen wir mit. Sackleine. Wir haben nicht viel Platz. Wir brauchen dringend das Lager. Fusel. Ähm. Gleich ist das Inventar voll. Hier gibt es nichts. Da ist noch was. Handschuhe. Skimaske. Kein Platz für sowas. Die ist nicht kostbar genug. Ähm. Haben die nicht irgendwo hier noch Nägel? Oh. Ähm. Kein Platz. Oh. Das ist eine Kiste. Die Kisten spawnen super selten. Und da ist alles mögliche drin an coolem Zeug. Leider keine Nägel scheinbar. Sechs Plätze. Das ist eine normale Weste. Die ist 500 wert. Die nehmen wir mit. Das Ding ist glaube ich weniger wert. Außerdem braucht es mehr Platz. Das können wir gar nicht tragen. Wir können mal kurz was essen und trinken. Das ist auf jeden Fall gut. Dann können wir so eine Limo mitnehmen. Oder so eine Tomatensuppe. Ähm. Nehmen wir mal. Essen wir mal unseren Fisch, oder? Ja. Essen wir den einfach. Nie. Also das ist meistens viel zu essen und zu trinken drin in diesen Kisten. Die sind super cool. Und super selten. Das ist echt Glück, dass wir eine gefunden haben. Pech ist halt, dass wir überhaupt keinen Platz haben, irgendwas mitzunehmen. Jetzt haben wir noch eine Tomatensuppe. Die bringt uns dann erstmal wieder über die Runden. Also wir könnten auch erstmal so ein Soda-Ding trinken. So. Limo. Vier. Weil manche Sachen geben stillen Durst und Hunger. Manche aber auch nicht. Also die Tomatensuppe macht das, glaube ich. Ich glaube, ich habe so eine Gemüsesuppe oder sowas gegessen das letzte Mal. Und die war richtig gut für alles. Okay. Ähm. Nägel. Handschuhe. Jeansjacke. Vier Plätze. Ähm. Gut. Wir brauchen Nägel. Wir müssen so lange suchen, bis wir Nägel finden. Weil das große Gerüst. Wenn wir uns so eine Hütte bauen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall so Gerüste. Und ich glaube, dass das praktisch so ein Hausgerüst ist, was man dann irgendwie mit Brettern noch verschließt. Und dann hat man so eine kleine Bude, ne? Das ist jetzt meine Vermutung. Das heißt, ich würde mal so ein großes Gerüst bauen. Mit einer Türöffnung vielleicht. Und dafür brauchen wir 48 Nägel. Wir haben aber nur 47. Die. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Nagel finden. Okay. Wir können ja mal davor gucken. Da waren wir noch nicht, ne? Da sind wir das letzte Mal nur dran vorbeigerannt. Und panisch, voller Angst. Verfolgt von vier, fünf Leuten, ne? Die. Das ist halt direkt bei uns. Das ist das Praktische. Weil da drüben, da steht dann unser Haus. Und da liegt eine Kuh. Oh je. Dann gucken wir mal hier in dieses Gebäude rein. Das sieht aus wie eine Baustelle. Da gibt es bestimmt Nägel, oder? Mal schauen. Da ist eine Hose. Was macht die denn hier? Noch eine Hose. Jeans. Jagdhose. Die haben alle vier Plätze. Oh. Holzbretter. Immer gut. Also ich habe richtig viele Ressourcen schon hergestellt. Die haben wir halt jetzt auch im Inventar drin. Das ist das Problem. Wir müssen, um solche Holzbalken herzustellen, müssen wir ja erst die Bretter herstellen. Also wir brauchen erst Holz. Das hacken wir uns. Aus zwei so gehackten Stücken stellen wir dann ein Holzbrett her. Aus zwei Holzbalken, also zwei Holzbrettern stellen wir dann ein Holzbalken her. Und dann können wir aus Brettern auch Sperrholz herstellen. Das ist also ein ewiges Holz-Wieder- und Weiterverwerten. Noch mehr Fusel. Okay. Ich glaube, ich stelle mal... Ach, wir haben schon so viele sterile Lappen. Da können wir gar keine mehr herstellen. Wir haben echt viel Fusel. Wodka. Ich glaube, Fusel ist besser als Wodka, ehrlich gesagt. Holzbretter. Ich stelle gleich ein paar Balken her, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Oh, noch ein Wodka. Eine Bomberjacke. Okay. Irgendwo muss es noch Nägel geben. Da schießt jemand. Lauf, lauf, lauf. Erstmal in Deckung gehen. Und dann weiter gucken. Okay, da kommt jemand. Da kommt ein Typ. Der ist noch zu weit weg. Der schießt ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind. Wir müssen den halt schnell zerlegen. Ich glaube, er ist down. Okay. Den haben wir erwischt. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, was der dabei hatte. Vielleicht hat der ja Nägel. Da sind aber noch mehr. Da kommt noch einer. Der hat eine Strotflinte. Ich höre noch einen. Haben wir jetzt alle. Ich höre noch einen. Psst. Hört ihr was? Das klingt immer so, als würde noch einer rumlaufen. Aber das ist, glaube ich, irgendwie meine Tasche. Seitdem ich die Tasche umhängen habe, klingelt die immer so. Auch wenn ich mich nur umdrehe. Das ist super creepy. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt sicher sind. Der hat was zu essen. Und Munition. Können wir mal stacken. So. Den Rest lassen wir einfach hier irgendwo. So. Haben wir hier noch einen Typen. Der hat eine Waffe dabei. Und. Auch Munition. Kann man die auch stacken? Ah, die hat gestackt. Gut. Perfekt. Oh, das war aber jetzt ein bisschen gefährlich. Ich glaube, das waren drei, oder? Ich habe dann irgendwann aufgehört zu zählen. Einen haben wir hier mitten im Feld erwischt. Können wir den wohl wieder finden? Da ist er. Die Gegend sollte jetzt eigentlich aufgeräumt sein. Könnte ich mir vorstellen. Wenn man doch so ein paar erwischt. So. Ich glaube, das waren alle. Oder? Habe ich nicht verzählt. Gut. Ich bin auf dem Weg zurück. Wir gehen nochmal in die Safe Zone. Und holen einfach ein paar Nägel. Wir kaufen einfach einen. Wir brauchen so viele. Die werde ich sowieso nicht finden. Shotgun. Und ich habe jetzt alles dabei zum Verkaufen. Also wir haben jede Menge Pistolen. Wir haben Taschenlampen. Ich habe eine Autobatterie gefunden. Ich weiß noch nicht, was die wert ist. Aber ich glaube, es gibt noch keine fahrbaren Fahrzeuge aktuell. Das heißt, die Autobatterie bringt uns nichts. Genauso wenig wie die Zündkerzen. Dementsprechend können wir die dann einfach verkaufen. Blech. Das wäre schon gut, wenn wir das mitnehmen könnten. Aber wir haben echt keinen Platz mehr. Da muss ich die Munition rausschmeißen. Ist noch irgendwas? Da waren wir schon drin. Hm. Nägel bräuchten wir. Nägel? Ich glaube, hier gibt es keine Nägel. Gut. Wir gehen dann einfach weiter. Sind wir? Da sind wir richtig. Wir müssen zu diesem... Zur gelben Markierung. Zu dieser Raute. Oh, das war wieder ein bisschen aufregend. Zum Glück haben wir uns keinen gefangen. Weil jede Verletzung zählt. Da oben ist noch ein Häuschen. Da halten wir ein bisschen Abstand. Wenn die uns ein paar Mal erwischen hier, dann haben wir gleich einen Haufen Hitpoints verloren. Und das ist richtig aufwendig, das wieder hochzuhalten. Da brauchen wir jede Menge Bandagen. Die müssen wir auch erstmal wieder herstellen. Außerdem ist Wodka ziemlich viel wert. Also... Ich glaube, das ist besser, wenn wir den verkaufen, als wenn wir uns damit ständig verbinden. Also es macht schon Sinn, hier wirklich vorsichtig zu sein. Man verliert schnell viel Hitpoints. Und man regt die nur langsam wieder hoch. Und ziemlich aufwendig. Im Ernst? So eine Batterie ist 10.000 wert. Bäm! Jetzt haben wir ein Drittel mehr Dollars. Das hat sich gelohnt. Zündkerzen verkaufen wir auch. Der Wodka ist 800 wert. Und Fusel ist 1300 wert. Also auch super wertvolles Zeug. Verkaufen wir auch. Maschinenöl ist auch ziemlich gut. Nicht ganz so gut. Und die Feuerzeuge bringen halt fast nichts. Aber die Taschenlampen. Haben wir auch wieder eine gute gefunden. Feuerzeug behalten wir mal. Okay. Jetzt haben wir ordentlich Kohle gemacht. Das hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt können wir dafür eigentlich... Nägel kaufen. Wie viele kaufen wir denn? 100? Das sind halt 6000 dann. Ich kaufe mal 100. Nee, ich habe keine Lust hier wieder herzulaufen. Und wir haben ja immer noch ein bisschen Reserven dann. Also Autoteile sind wirklich... Das Beste, was man finden kann. Das lohnt sich total. Ich glaube, wir sind wieder startklar. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Munition. Sterile Lappen. Normale Lappen. Tomatensuppe. Nägel. Auf geht's. Dann geht's jetzt wieder zurück. Okay. Das sind nur 1,6 Kilometer oder so. Ich habe da jetzt auch schon zwei Kisten hingestellt. Also... Ja, wir brauchen wirklich Lagerkapazitäten. Gerade wenn wir bauen wollen. Weil wir praktisch ein volles Inventar brauchen. Um überhaupt so ein Bauteil herzustellen. Und dafür müssen wir das Inventar dann erstmal freiräumen. Huh. Na gut. 1,4 Kilometer. Ich melde mich mal zurück, wenn wir wieder da sind. Und wenn wir die Bauteile haben, die wir brauchen, um uns dieses Gerüst herzustellen. Uh, der große Zeitpunkt ist gekommen. Holzfäller Joe ist soweit fertig. Und ich habe jetzt einen riesen Haufen Holz hier. Ich glaube, das reicht, um uns das herzustellen, was wir uns herstellen wollen. Wir brauchen nicht ganz so viele Nägel. Wir brauchen auch keine Pistole. Wir brauchen aber diese ganzen Balken. Das heißt, wir ziehen uns die alle mal rüber. Ich glaube, das reicht. Da haben wir noch ein bisschen Ersatz dann. Und... Ach, ich glaube, wir müssen es gar nicht rüberziehen zum Craften, ehrlich gesagt. Also wir könnten auch mit den Ressourcen aus der Kiste craften, glaube ich. Ähm, wir haben jetzt genau 24. Wenn ich die rüber... Vielleicht geht das auch nicht. Okay. Aber wenn es auf dem Boden liegt, dann geht das wohl. Also wir könnten das wohl auf den Boden werfen, ne? Dann geht das auch nicht. Das ist ja komisch. Manchmal geht sowas und manchmal geht sowas nicht. Na gut. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt so ein großes Gerüst mit einer Öffnung. Das heißt, wir können da eine Tür einbauen, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass es das Richtige ist, weil das kostet 24 Balken und 12 Holzbretter. Und es hat sehr lange gedauert, die zu craften. Außerdem natürlich 48 Nägel. Und den Hammer haben wir ja. Go, go. Okay, das dauert auch einen Moment. Und dann versuchen wir das mal irgendwie zu platzieren. Ich hoffe, ich platziere das richtig, weil man kann das nicht wieder hochheben, sondern man kann es danach nur zerstören. Die Kisten hier zum Beispiel könnten wir auch zerstören, aber wir könnten die nicht wieder hochheben, wenn sie erstmal platziert sind. Ja. Ich bin ziemlich gespannt. Also man kann die Sachen so halb unterm Boden platzieren. Das kann man jetzt aufheben. Ihr seht es vielleicht, die Kiste steht ziemlich auf dem Boden, ziemlich plan, so einigermaßen. Aber die hier, die guckt nur zur Hälfte durch. Und hier seht ihr auch den Umriss. Also die ist zur Hälfte unterm Boden, dann sieht man die nicht so gut. Also man kann die Sachen auch so ein bisschen verstecken. Ich glaube, wir haben hier nichts liegen gelassen. Man muss auch aufpassen, dass man nichts liegen lässt, weil alles, was man craftet, landet ja erstmal auf dem Boden. Das ist so ein bisschen unpraktisch. Und jetzt sollten wir auch wieder Platz im Inventar haben, weil wir haben ja alle Ressourcen verschwendet. Genau, und jetzt haben wir dieses Gerüst. Das können wir jetzt verwenden. Kann nur auf... Und kann nur in der Basis gebaut werden. Das heißt, wir müssen erst unser Schild aufstellen. Das haben wir hier irgendwo mit drin. Da haben wir unser Schild. Und... Ah, das war auch hier drüben, ne? Schild. Landbesetzen-Schild. Und hier haben wir noch dieses Lager. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Landbesetzen-Schild. Verwenden. Okay. Jetzt können wir hier so ein Stück Land besetzen. Kein besonders großes, aber so ein bisschen. Ähm. Oh. Sagt mir nicht, dass man hier nicht bauen darf. Sind wir noch zu nah an der Siedlung? Siedlung? Oh oh. Ich weiß nicht genau, wo man das platzieren darf. Das ist... Das ist der schönste Ort hier. Wieso darf ich hier nicht bauen? Straßensiedlung und Basen. Oh oh. Ja, aber wie sehen wir denn überhaupt, wo wir das platzieren dürfen? Wir sehen ja nix. Der rote Radius ist wohl der Bauradius. Dann, ne? Ich glaube, wir müssen nochmal umziehen, weil wir zu nah an der Straße sind wahrscheinlich, ne? Vielleicht... Geht das, wenn wir da rüber gehen? Ein Stück weiter weg? Der Strand ist halt so schön hier, ne? Also... Hm. Hier geht halt diese Straße vorbei. Da ist Maglock. Ich weiß auch nicht, wie nah wir an der Stadt bauen dürfen. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh, das war so eine schöne Location. Und da stehen ja jetzt unsere Kisten. Das ist gemein. Dann versuchen wir das hier jetzt auch nochmal. Wir müssen jetzt einfach eine Stelle finden, wo man das darf. Das ist gar nicht so einfach scheinbar. Hm. Das tut mir jetzt echt leid. Ich bin mindestens so enttäuscht wie ihr. Ich wollte eigentlich direkt an dem See bauen. Aber das geht nicht. Das heißt, wir bauen wahrscheinlich jetzt einfach mal hier, weil hier geht das. Und es ist echt schwer, Stellen zu finden, wo das funktioniert. Ich glaube aber, dass die Dörfer einfach einen großen Radius haben, in dem man nicht bauen darf. Auch weil da die Spieler-Spawns sind. Man spawnt ja scheinbar immer random in der Nähe von solchen Dörfern. Also, ja. Gut. Noch wieder was dazugelernt. Wir können es jetzt auch so drehen. Wir können es ja mal hier neben den Baum stellen. So. Bam. Jetzt gehört es hier uns. Glaube ich. Mit dem Schild können wir auch nichts machen. Okay. Jetzt müssten wir hier theoretisch dieses Gerüst aufstellen dürfen. Sieht gut aus. Scheint zu funktionieren. Wir können es auch drehen. Den Eingang machen wir dann nach unten hier, Richtung Schild, oder? Drehen wir das mal so ein bisschen. So. Und dann ein bisschen tiefer. Jetzt steht das Teil. So könnte man das machen. So hier auf die Lichtung stellen. Sieht auch gut aus. Irgendwas knistert da. Und ich war es nicht. Go, go, go. Nicht bewegen, sonst wird es abgebrochen. Bam. Gerüst. Okay. Also der Boden ist halt ziemlich uneben hier. Nicht so schön wie unten am See. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich so einen Fußboden noch bauen, oder? Jetzt haben wir diese ganzen Bretter. Also wir könnten dann so eine Eingangstür bauen. Wir könnten hoffentlich auch einen Fußboden bauen, oder? Eckabdeckung. Abdeckung kostet Sperrholz. Das müssen wir auch erst wieder herstellen. Sperrholz? Können wir aus Holzbrettern herstellen. Okay. Ansonsten haben wir alles. Wir müssen nur wieder ein bisschen Holz sammeln. Dann schauen wir mal, ob das nur ein Dachteil ist, oder ob man das auch für den Boden verwenden kann. Ich würde ja gerne noch dieses Lager aufstellen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn wir das auf den Fußboden stellen könnten. Und gut, wir brauchen auch jede Menge Holzbretter. Ich melde mich mal zurück, wann wir das ganze Holz haben, weil das dauert wieder einen ganzen Moment. Ich denke, wir brauchen das ganze Holzbretter. Okay, ich habe jetzt mal so eine Abdeckung gebaut und die funktioniert nicht als Boden. Ich weiß nicht, ob es an der Unebenheit des Bodens liegt, aber das funktioniert hier auf jeden Fall nicht. Wir können es aber als Dach verwenden. Dann haben wir zumindest schon mal das erste Dachteil. Also ich glaube, wir werden dann weiter im Gemüse wohnen. Ist eigentlich auch ganz schön. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Grünzeug in der Hütte. Und können hier dann auch unsere Kiste, unser Lager mit dazu stellen. Das stellen wir jetzt einfach mit rein. Ähm, hier hinten so in die Ecke vielleicht. Sieht auch gut aus. Bam! Yes! Lager! Oh, das hat ja richtig viel Platz. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das steht so ein bisschen schräg, ne? Na gut, Hauptsache es steht. Und wir können es jetzt zerlegen, aber ich glaube, dann geht es kaputt und wir müssen dann wieder neue Teile kaufen, craften und so weiter. Und das ist ziemlich aufwendig. Das kostet, das kostet das Lager, das kostet Holzbrenner, Blech. Okay, das ist eigentlich gar nicht so aufwendig, ne? Kostet acht Nägel, acht Holzbrenner, super easy. Die Häuser sind aufwendig. Also diese Gerüste sind richtig krass aufwendig. Das hat super lange gedauert, das ganze Holz zu sammeln. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und wir haben jetzt so ein Riesenlager. Da können wir dann alles unterbringen. Hier können wir zum Beispiel unsere ganzen Tools dann lassen. Und die ganzen Bauteile. Und dann werden wir das irgendwann mal fertig bauen. Ich glaube, ich habe für heute genug mit Holzfällen. Diese Geräusche. Ich höre hier ständig Leute vorbeiren, aber hier ist niemand. Das ist komisch. Irgendwas stimmt gerade mit den Sounds nicht. Und ich glaube, das hängt irgendwie mit dieser Tasche zusammen, weil seitdem habe ich das Problem. Na gut, auf jeden Fall alles in Ordnung. Wir haben unsere Bleibe gefunden. Ich glaube, die Kisten unten baue ich dann wieder ab. Und stelle sie dann irgendwo hier in der Gegend auf. Wir sind immer noch in der Nähe vom See. Wir haben immer noch eine Straße in der Gegend da vorne. Mit dem Auto kommt man hier dann nicht her. Aber wir haben ja sowieso kein Auto von dem her. Ja, es gibt super viel zu erkunden. Ich bin mega gespannt, wie es hier weitergeht. Kisten und Häuser sind irgendwie auf der Map markiert. Das ist also jetzt unser Home hier. Und hier ist jetzt die erste epische Mission erschienen. Also man sieht das schon. Hier unten sind meistens so einfache Missionen. Die können wir auf jeden Fall mal testen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Und hier oben sind die richtig brutalen Missionen. Also hier ist es einfach mordsgefährlich. Aber ich habe jetzt trotzdem mal hier gebaut. Dann wird es auf jeden Fall interessant. Und ja, wir müssen unbedingt so eine Mission testen. Wir müssen unbedingt mal die Gegend hier weiter abchecken. Da auch bei Zarya und so. Aber wir brauchen dann auch ein bisschen besseres Equipment. Weil unsere Waffen sind halt einfach nicht state of the art. Wir haben zwar die Schrotflinte, mit der ich ziemlich gut klarkomme. Also für einen Häuserkampf sind wir gerüstet. Aber so in offenem Gelände haben wir überhaupt keine Chance mit der Pistole. Da brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Waffe. Auch wenn die Pistole eigentlich schon ziemlich cool ist. Aber so auf größerer Entfernung. Vielleicht Fernglas, Fernrohr, Zielfernrohr und sowas. Wäre schon nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das ist in der Pistole einfach nicht perfekt. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Wissen jetzt, wie hier dieses Bausystem funktioniert. Das war auf jeden Fall mega interessant, das mal auszuprobieren. Und nächste Episode gucken wir uns dann auf jeden Fall mal so ein bisschen weiter um. Vielleicht schauen wir mal, ob wir irgendwo so eine Mission starten können. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir auch mal einen gescheiten Helm, der so zu unserem Outfit passt. Und eine Hose. Naja, Jeans geht auf jeden Fall noch. Aber dieser bunte Helm passt irgendwie nicht so ganz. Und ein Rucksack wäre auch nice, ne? So eine Schlammertasche ist einfach super unpraktisch. Und die macht einen riesen Krach. Also, wir schauen, dass wir einen gescheiten Rucksack finden. Und ja, es gibt super viel, was wir noch brauchen. Wir brauchen einfach super viel Kohle, um uns das Zeug zu kaufen. Und ich habe noch keine Tiere gesehen. Also, hier sollten wir komplett sicher sein. Weil ich glaube, ein Mensch verläuft sich hier nicht her und Tiere gibt es hier eh nicht. Außer die Vögel, die einen riesen Krach machen. Na gut, das war es für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Vielen Dank.